Was geht Leute? Herzlich Willkommen bei einer kleinen Runde Black Ops 2 Zombie mit dem Mr. Controller. Äh, jo, hello. Ja, hallo. Ähm, ja. Kanal von ihm wird natürlich in der Videobeschreibung sein, er macht Commentaries, ne? Jo, so, ab und zu, mal wenn ich Bock hab. Ja, auch nur wenn er Bock hat. Ja, wortwörtlich. Ja, genau, so sieht's mich aus. So, was denkst du denn, bis welche Runde kommen wir? Also ich sag mal so, äh, Runde 15 muss drin sein. Ich sag mal, wir schaffen Runde 5. Meins Runde 5 ohne, dass einer von uns stirbt, oder Runde 5? Ja, Runde 5 ohne, dass einer von uns überhaupt liegt. Und, ähm, bis wir komplett versagt haben, Runde 13, 14. Ne, sag ich, 5,5, dann muss drin sein. Okay, dann sag ich, 28. Wo du geht, da wird vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay, ja. Nein, ich sag, 15, 16. Höstens. Ja, 5, ja. Ja, wenn ich lasse, wenn es der Nächte wird, dann muss ich mir alles reißen, nein. Hauptsache, wir kriegen Affen. Wir schämen uns neben die Affen und tanzen mit. Ja, genau. Da kommt die ganze Zombies an, ab und explodiert, die Zombies gehen auf uns, wir sind tot. Natürlich. Was siehst du denn? Oh. Wir tanzen besser als die Affen. Die gehen sofort auf uns. Sicher. Also, es gibt doch bestimmt, es gibt doch bestimmt irgendeine Show, wo man tanzt, wo tanzen muss. Da. Nein. Was sind die ganze? Ja, 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 im Fernsehen. So was, wie, sowas wie Superstar, so, wie heißt das? God to Dance oder so eine Scheiße, heißt das hier? Ja, irgend so irgendwas für den Dance. Der hat sicher nichts mit akapulka, oder akapulka? Ja, akapulka. Akapulka. Akapulka ist doch so ein Volkstanz oder so eine Volksmusik. ja ne ich habe den volkstanz und musik beides ich glaube das kommt aus ja ich frage ich rate gar nicht auf und wo das kommt russland aber ich ich habe jetzt bayern getippt ich habe keine ahnung soll ich in der kleine sammeln nein warte noch bis nächste runde wenn du das jetzt einsam einsammelst nein letzte mal ja komm alter letzte mal ich so soll ich das einsammeln zwei sekunden später rennst du durch er kommen das war der kommentar dazu die guten alten zeiten ja eine woche ja mit zwei glaube ich ja oder so ich habe nie mehr jedoch war nicht Musik hier ist die Kiste, ne? Ja, ich Messer. Ich muss die Kiste nicht öffnen. Ich mach's. Oh, schon wieder. Glück gehabt, Alter. Jawohl, das war jetzt hier. Erst 12 ist sie gut. Hab ich auch. Ist sie gut? Ja, noch mal. Vorhin hat jetzt To-Hit gemacht. Ja, tut. Ja, wir sind doch immer da gleich noch runter. Oh, ich dachte, du meinst, das letzte Runde. Nein. So. Ich hoffe auch, das Video lenkt allgemein so nicht. Das ist immer die größte Sorge. Äh, pff, ja. Ja, mit einem super guten Rechner, dann kann für sicher sein. Super guten Rechner, ja, gleich, ich spiele auf der niedrigsten Einstellung. Ja, me too, aber mir ist es völlig egal, hauptsache ich kann spielen und das weiß. Ja. Also, GTA 5? Nein. Ah, GTA 5, mega geil. Also, wenn man eine Konsole hat, muss das haben. Äh, ich finde erstmal Konsole wichtiger für FIFA. Hm. Naja, hm. Hätten wir mehr... Da hat sie jetzt, ja. Äh, hätten wir mehr Abonnenten, würde ich mich jetzt bei ganz schön vielen Leuten unbeliebt machen, aber ich bin kein großer GTA-Fack. Okay, äh, das war's dann mit unserer Freundschaft, nee, ich will mal sagen, tschüss, das war gut live, okay, tschau. Nein, GTA 5 ist fünf Jahre Entwicklungszeit, mega geil, mal was anderes, man kann so viel machen, mega geil. Ja, 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 ich sag ja nicht, dass ich, äh, GTA 5 oder so, aber wirklich, äh, von den jetzigen Teilen an war ich nicht der größte Fan, wirklich nicht. Und GTA 5 auch nicht, äh, GTA allgemein noch nie so richtig gespielt, aber GTA 5 ist schon, vielleicht nicht so viele Möglichkeiten wie Saints Row, also verkleiden, nackt und sowas alles, aber trotzdem, mega Bock. FIFA ist aber jedes Jahr das gleich, jedes Jahr vielleicht ein bisschen bessere Grafik, wo ich dann nicht mal sagen muss, dass sie wirklich besser geworden ist, aber... Nein, Grafik wird nicht mehr besser. are Die Äh, hab ich nicht irgendwie runde fünf... Nein! Ichwavegeblocks, ich 하면 Lockt, ichableockt! Ichw lacks MUSIC! Iwa kann ned P思 Cul nd grasp Kong, noch ne Runde, komm, noch ne Runde. die Nachwuchs gekocht wenn sie jetzt kommt und das ist ohne 6 mussten der Kram an der Bezocken ja welchen mega macht völlig egal die Spiele alles dann würde ich aber auch hier ein Brustepot Brustepo dieses die Idee der der Zugleiter wurde in Brüder Bus hält ich nicht die Klicz ist da wo man kann sie drückt da ist noch andere mit der Posteportung ach so man sieht es sind da muss ich erstmal um aus dem Gebäude rauskaufen ja genau da so bei der mal abzusteppot steht sogar da jetzt kann ich die fremden stütze von 60 auf 30 auf auf 2 sie noch drin ja auch wenn drinnen wenn wir jetzt irgendwie auch viel schneller als sonst dank der offenbar wahrscheinlich in einem Spaß bist du wirklich drin gerne Kontaminierungsdinge an gar nicht löchrig die verfickten Zombies 3 und 1 zu drei Headshots und hier steht immer noch zwei Schatten steht drei Schatten ist so wir haben die Tür auf meine magische Mischung gesorgt also da sagt mir mein Interessantien meine Punkte aber was ganz anderes hätte ich mich nicht genug er muss halt noch zu fahren sich die zu schnell herkriegen Prozent Prozent ich habe nicht reingeschossen ja okay er wolle sein Schildkirchen seine Kiste ich bin so gutmütig abstehende die schon bestraft wirklich Lass mal sein dann fickt mich da nach oben hoch ja einfach eine langereine Homo weissen ich meine Feuer Nein! Glitch! Fliegst du dich im Map? Das ist doch Sitzensfeier! Hab ich gerade gemacht. Ich bin hoch und wieder runter gesprungen. Ja komm, mach nochmal. Komm mit. Du weh? Nein, du bist hoch gesprungen. Da oben, ganz oben in der Himmel. Du gehst natürlich an die Kiste. Ja, warum nicht? Ich hab genug Geld. Ich pass beim Geld, sagen wir mal. Dankeschön. Ich kann noch mal die Kiste. Ich liege. So, ich siege. Oh, ein Ruch. Ja, mal ein paar Punkte machen. Und ich siege. Ja, mal ein paar Punkte machen. Wieso bekommst du zu viele Punkte? Weil ich mit Neife. Ah, dankeschön. So, jetzt kann ich dreimal in die Kiste gehen, circa. Ich kann immer noch nicht an die Kiste gehen. Und ich hab keine Mandation mehr. Uh, schnieke Style. Oh, ja. Oh, ja. Jawoll, ihr Fägernaaten! Das heißt, wenn du in die Kiste gehst, dann wird die Fägernaaten und die Kiste geblit zu. In Ernst. Wollen damit? Ich bin tot! Tja, wir haben überlebt das. überlebt hast du schaffst du denn das wie kann man nur so damn ich hatte viel mehr als so gesagt wie schafft man das da zu sterben das auch gestorben ja aber nur wegen entkommen nein Fehler oder so die meisten weil ich ein Torock hatte also ja so ein Schussmesser war nach einer Runde Multiplätze 9 Uhr oder solchen CW aber das läuft der 10 um eine Rolle halb 10 für die lebt sich in die Matze K in der Mutter zieht vorrunden das war eine sieben Jünger das war auch bis das ist so peinlich erst mal 5 dann runde 4 kommen wenn du die ganze zeit stirbst ne ich weiß nicht dass man schafft wie fast du das immer zu sterben ja hab gehört die magische mies muss das gesagt aufkaufen ich hab ich habe nichts was soll ich denn bitte aufkaufen bonnie gibt es die tür dann kauf sie doch auch mein geld ich habe kein geld aber ich bin die grieche nein du bist ja nicht wirklich nicht oder nein was bist du dirke türke ich hab noch nicht ein spaß das ist so deutsch wo treibt ja kommen haben wir jetzt mein tag ja deutscher tag der deutschen tag der deutschen die schlank hatten ganzes magazin geschluckt der schlone 2 ich verlange dass sie trotzdem ist denn schickern da und gehen Ich sehe mein Tod schon voraus. So, ich geh mal in die Kiste, ne, tschüss. Oh, danke. Ich hab dich nicht angedauert. Da muss ich die Kiste. Oh, nein. Ich wusste es. Lass mich bitte durch. Hilfe. Was ist denn hier? Juggernaut. Lass mich bitte durch. Kommst doch durch. Ja, die Steppschlampe. Würde ich mal sagen, ne? Oh, nee. Oh, pfff. Alter, oh, du cool. Was hast du denn? Äh, vergessen. Äh, Dalil. So eine blöde Tube. Ich hätte zwar gerne, äh, die Dings gehabt. Oh. Vergessen die Namen. Äh, den Namen vergessen. So. Äh. Lass mich die Messer nicht mal auf. Punkt, da. Meinst du Raygan? Ja. Ja, das ist krass. Was? Die hab ich nämlich in den ganzen Küschschimmeln auch einmal gesehen. Die hätte ich gerne gehabt. Es wäre lustig, wenn dann so ein Bug aufgetaucht wäre, dass nur noch die Raygan gekommen wäre. Ja, das ist klar. Das wäre toll. Nein. Doch. Nein. Dann hätte ich dir die ganze Zeit um die Ohren geschmiert. Ha, ich hatte Raygan. Ha, 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 ha. Dann würde ich sterben. Dann würde ich nur noch traurig zum Schlen. um der Woller der Bedeutung die Scheiße okay ich bin dafür was von ihm nur scheiße ist mit Top-Modiflash. Vierte Runde. Vierte Runde. Ohne Witz, Alter. Das ist unsere dritte Map jetzt. Wir sind nicht höher gekommen als fünf, ne? Fünf. Okay. Ich will auch mal sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.